In der Heizung? Aber bringt mir auch nix. Hm... Ich suche hier momentan etwas verzweifelt den richtigen Raum. Doch! Ja, das heißt ja nur Interaktivität mit der KI hier, aber... Das klingt wie ein Generator, aber irgendwie kommen wir nicht da hin. Ich weiß doch nicht, wo ich hier hin muss. Da sieht man irgendwie aus wie Grafikfehler, diese schwarze Wand. Irgendwie total eigenartig. Wirkt für mich ein bisschen eigenartig, muss ich sagen, aber... So, hier ist wieder das Klo. Ich brauch keinen Helm, ich brauch nur... Ich muss nur die richtigen... Ich muss einen Passierschein. Das ist immer dasselbe, leider. Gib mir lieber nen Tipp, wo dieser scheiß Schalter ist. Schalltafel. Hm? Regale, kann ich kaputt machen, aber hab nicht viel Munition. Und der Aufzug hat auch funktioniert hier. Und die Schalltafel. Was zum Teufel soll denn das? Ich weiß es auch nicht, was das soll. Ich sehe aber gar kein... Gar kein Hinweis für ne Schalltafel. Das ist auch keine Schalltafel. Was soll das da erstellen? Ich weiß es nicht. Ich schieße ja auch momentan nicht. Ich suche diese blöde Schalltafel. Ich weiß es nicht, wo die ist. Ich weiß es nicht, wo die ist. Es ist scheinbar vorbeigelaufen. Ich find die echt nicht. Ich find die echt nicht. Diese blöde schallte Schalltafel. Wo soll die sein? Endlich bin ich schon 20 Minuten rum und ich find diese blöde Schalltafel nicht. Wo soll die sein? Warum? Ja warum? 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 Ich suche die Schalltafel, Mann! Kannst du mir mal sagen, wo die ist? Nein, kannst du auch nicht. Willst du auch nicht? Auch nicht? Ach hier! Dreimal vorbeigelaufen. Ich bin dreimal vorbeigerannt, ey. Scheiße. Dreimal vorbeigerannt, ey. Na, dreimal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunundhundertmal, ey. Vorbeigerannt. Wollen wir spawnen hier alle? Habe ich eigentlich einen Larm ausgelöst oder was soll das hier darstellen? So. Okay, haben wir uns jetzt hier halt geschafft. Wollen wir mal 500 Millionen Gegner raus? Na, oder? Ich bin auch nicht. Äh. Ja, tut mir leid, das musste ich unterbrechen. Äh, hallo? Ja, jetzt ist irgendwie der, der neuen Bug hier, oder? Die Clues noch mit, die Clues noch mit dem Geist. Ghost-Nachricht von Sam. Ja. Das kann ich mir abhaken, ne? Habe ich jetzt... Muss ich die Clues noch mal nochmal machen? Habe ich nicht gespeichert eben? Hm? Ah, ich muss die Clues noch mal machen. Naja. Ach so, doch, warte mal. Okay. Sprechen wir mal ab. So, damit er da mal Riesel eigentlich nie bis Spiel durchziehen kann. Habe ich da hingesehen durch die Wand, wa? Oh ja. So. Man hat immer noch Iris Bränzchen, aber jetzt geht's. Das ist ja gut. Nein, das ist kein verdammter Unterkragen. Das ist ein Unterkragen. Das hier ist Mist. Du wirst doch heute eine Neuner nehmen. Jawohl, Genosse Hauptmann. Und du, Plotiker, vergieß auch kein Lob. Warum sind deine Stiefel drattig? Genosse Hauptmann, wir sind auf einer Baustelle. Überall ist Dreck. Ist mir egal. Die Stiefel müssen sauber sein. Extradienst. Jawohl, Genosse Hauptmann. Ja, wie eben Gratulien war ich mir auch im Gange. Hier war ich grad ein Gespräch, aber... Können wir ja rausgehen hier. Und wir so rumballern. Na ja. Können wir. Theoretisch, ja. Also... Warte mal, ist der im Folgen. Ja. Ja. War zwar auch sehr cool aus, aber... Das ist jetzt... Das wird richtig übel, glaub ich. Weil wir ein Problem haben. Ein großes Problem. Und vor allem fahren wir mal durch den Boden, wenn man stirbt. Ich brauche hier mehr Health. Boah, ist das übel, ey. Ach, Health nur noch. Das passiert ja alle nasenlang. So. Hier geht's nicht rein. So, mal weiter gucken. Gucken, gucken, gucken. Puff. Boomhauter. Die einfach eins zu... Du bist tot. Ja. Das ist jetzt richtig übel. Ja, also... Ich weiß, du lebst noch. Hab nur verwundet. Verwundet ist gut. Sterben ist nicht so toll, aber verwunden ist noch möglich. Das ist richtig ein bisschen übel. Oh, ey. Da wird echt schneller. Du musst wissen, wo der ist. Und dann musst du nur vortreffen. Das war ein Genehmigung. Das hat gar kein Health. Ab hier. Ist hier irgendwo was noch Health? Ne, ne, ne. Haben Sie einen Passierschein? Ich brauch keinen Passierschein. Ich bin vom KGB. Wie auch muss ich das denn noch erzählen? Das ist total sinnvoll, dieser Satz in meinen Augen. Das ist nun mal Arbeit und fragt mich als KGB-Offizier. Ach, hier geht's weiter, glaube ich. Wo ist Ihr Helm? Ja, aber ich hab ja noch keinen mit Helm gesehen. Verdammt, normal. Was war das denn jetzt? Ach, ja, der ist immer noch da. Ah, der ist, äh, äh, Mann. Das ist jetzt übel. Ja, das ist ja richtig übel. Ich muss auch einen Dreck treffen, leider. Es ist gar nicht so einfach. Er trifft mich mit einem Schuss und ich treff ihn nicht vernünftig. Es kann mir immer einen Schuss mehr erlauben. Einen Treffer mehr erlauben. Bei 18. Wenn ich Glück habe. Einen Treffer mehr. Ja? Wenn ich Glück habe. Was zum Teufel soll denn das? Der hat mal... Jetzt war der gar nicht reagiert. Er hat auch, wie ich schossen habe. Auch wieder lustig. So, jetzt muss ich mal gucken, was da weiter geht. Hier sind wieder eine... Was zum Teufel soll denn das? Was zum Teufel soll denn das? Was zum Teufel soll denn das? Was ist denn los? Ich frage mich viel mehr. Ja, fünf... Fünfzehn! Fünfzehn! Ja, also... Ja, also... Ich weiß nicht. Ich muss mal wieder den hier nehmen. Also... Das... Weil irgendwie gibt es ja dieses Treppenhaus. Wozu soll das gut sein? Nur zur Verwirrung, glaube ich. Also... Nichts anderes. Weil hier in Waffe geht es nicht hier... Auch mal weiter. Ja, klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Kannst du denn eine Rakete... Äh... Eine Rakete könnte ich auch unterjagen, aber... Warum? Ja, warum? Weil das ist mein Bestes. Weil er spielt mich nicht mag. Muss man leider sagen. Er spielt etwas gegen mich. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas getroffen habe. Keine Ahnung. Ich würde schon was gebracht haben. Jede Menge hat offenbar doch nichts gebracht. Ich bleib jetzt hier auf der Leiter hängen. Was hab ich mir jetzt erwischt? Das ist ja voll übel, ey. Die Onimo. Wie sind denn da? Hab keine Raketen mehr. Äh, keine Granaten mehr. Kommen wir hier nicht mehr raus? Na doch. Kann ich mir nur jetzt nur abwarten und dann hoffen, dass sie irgendwann mal auftauchen. Wie das ein Meipel. Der das Meipel. Aber da muss ich auch treffen. Ist klar. Weil sonst ist das ja richtig übel da unten. Hilf! Was war das? Was war das? Ich komme hier nicht raus. Ein Hell ist ja alles klar, ey. Ihr habt es ja noch alle, ja. Ihr habt es ja noch alle. Das Spiel hat es ja echt noch alle, ey. Ihr habt es hier noch echt. Kein exklusiven Fässer. Ja, wie sind denn das da unten? Also das ist ja richtig übel hier, ja. Oh. Das ist ja richtig übel. Ich muss mal abwarten, bis die alle mal irgendwann mal da ankommen. Nein! Ja, das ist natürlich auch dann doof, ja. Komm schon. Ja, das war wieder scheiße. Ja, vor allem fahre ich dann mal runter, dann. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist. Aber diese Ecke ist ja wirklich unfair. Oder gar das Spiel finde ich ein bisschen unfair. Ja. Ihr treffen mich doch gar, ey. Aber hier habe ich voll besseren Anlöswinkel. Diese blöde Physik hier gehen wir auch in den Keks. Weg mit euch. Physik-Kram. Ich bin hier nicht im Physik-Labor. So. Ja, sechs, sechs Hells. Hells, ja. Aber ist da unten noch mehr? Ich weiß es nicht, ja. Also... Ja, das ist... Das ist das Spiel. In ihrer... In seiner vollen... In vollen Pracht. In seiner vollen Pracht ist es da noch. Und da ist auch noch einer. Nur der eine. Aber da ranzukommen... Ja, vor allem der sieht mich ja sofort, ja. Also... Ich habe keine Granaten mehr. Ich habe nichts. Werfen kann ich auch nichts. Ja, ich weiß es nicht, ja. Ja, wo ich von eigenem... Ich glaube von eigenem Kugel getötet. Glaube ich. Ja, das ist... Das ist wieder auch so ein Ding hier. Ja, stelle ich da. Weil ich da nicht hängen... Komm... Nicht hängen bleibe so. Hey! Ich darf nur einen... Einen Treffer und ich bin hin, ja. Das ist... Das ist voll übel. Ich bin jetzt im dritten Level. Ja, also... Das ist ja wirklich übel. Komm her. Ich hätte nicht die Granate gebrauchen können. Habe ich nicht mehr. Kann ich mir auch sparen eigentlich. Game over, ja. Ich weiß. Das ist alles voll übel. Rabi, ja. Schwer. Ja. Vor allem... Ich kann nicht mehr was machen. An der Ecke hier. Ja... Das ist doch voll doof. Ey. Der wisst der mich oder der wisst ich mich selbst? Oder fall ich immer runter und bin deswegen tot? Ich weiß es nicht. Ich glaube ich bin... Da. Jetzt wurde ich mal getroffen. Ja. Von denen ist es, weil der da nicht weggeht. Deswegen komme ich da nicht runter. Gibt doch keine andere Möglichkeit den da irgendwie wegzukriegen. Doch, da war er. Scheiße. Was ist das hier? Weg du Physik-Kram hier. Gib einfach um. Dann... Der läuft da doch immer rum. Dann kann ich ihn auch noch warten. Aber ich muss immer richtigen Winkel finden. Damit er mich hier nicht gleich... Kaputthaut oder was? Aber ich habe nur den anderen erwischt. Der ist nur tot ist. Na also. War es das jetzt? Oder kommt da noch was? So. Mal gucken ob wir hier drunter gehen können. Na wenn wir da runter kommen. Na? Hey. Wahnsinn. Jawoll. Ey wir haben es geschafft ey. Alter das ist echt eine frustrierende Ecke. Also finde ich echt nicht sehr lustig. Weil das einfach unfair ist ja. Die schießen sofort wenn du nach unten kommst. Bum 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 bum. Aber man muss einfach abwarten. Wird Geduld auch belohnt. Aber hier. Weiß mal nicht mal ob die überhaupt reagieren. Teilweise gehen die einfach da rum und machen nix. So. Reichen sie den Tunnel? Der zu MSU ja. Das ist da muss ich jetzt hin. Muss ich jetzt hin zu diesem Kram. Und mal gucken. Ah ja. Huh. Metro 2 Abfahrtsstation. Ja das ist das Level gewesen. Haben wir endlich geschafft. Endlich da. Ich muss nur noch in den Zug. Und kann in Ruhe abwarten bis wir an Lipanf ankommen. Obwohl das mit den in Ruhe abwarten wohl nicht einfach sein wird. Ja Metro 2 Abfahrtsstation ist der nächste Level Mission. Gucken ob es jetzt glaube ich hier in der Ruhe Pause kriegt. Um mal entsprechend. Entsprechend. Abzu. Abzu. Abzuschieden. Weil anfangen muss ich immer. Muss ich halt immer mitnehmen. Auch ein bisschen. Weil ja kein Auto Save. In ihrer Ehe zum Abschluss macht. Und dann. Am nächsten Laden. Entsprechend. Einfach dann. Weiter machen kann. So. Ja, ich denke mal Wir sind hier fertig Daher bedanke mich bei euch fürs Zusehen Und daher bis zum nächsten Mal Äh Oder auch nicht Oder auch nicht Da muss ich nochmal ein bisschen Rumballern Weil das wird hier richtig übel glaube ich Ja, also Hilfe Alter Ja, das wird nochmal die Frust Glaube ich ja, also Hilfe Ja, mach ein Salto Da hat noch einer Hinter Ja, muss ich mal kurz Den Woffenmann soll doch noch mitnehmen hier So Noch fünfmal gestorben Aber Ja, jetzt war ich hier im Schnitt Daher bedanke mich bei euch fürs Zusehen Und daher Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal